Hallo Leute, so jetzt endlich mal ein Video noch mal zu der Qualität und also vom Nr3, die ich wirklich absoluten Wahnsinn finde. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen ausgedruckt, alle mit meiner orangenen Rolle, die ich auch immer noch hier drauf habe auf dem Drucker und habe einfach mal verschiedene Dinge ausgedruckt, um euch einfach mal zu zeigen, welche Qualität dieser Drucker hat. Wurde einmal negativ geäußert, dass der hier unscharf war, als ich ihn das letzte Mal gezeigt habe. Ich hoffe, diesmal klappt es besser. Wie ihr seht, hier die Z-Oberfläche, das kleine Loch in dieser Stange hier, dann haben wir hier Y, da haben wir auch ein ganz gerades Loch von diesem Calibration Cube, also der ist wirklich super Qualität ausgedruckt worden. Ich hoffe ja, dass das jetzt alles scharf ist. So, das nächste, was ich auch ziemlich fasziniert finde, ist dieses Teil, das ist in einem Stück ausgedruckt worden. Also es wird so ausgedruckt und wenn ihr es dann ein bisschen beweglich gemacht habt, dann ist das hier ein Teil, was immer wieder sich klappen lässt an den Scharnieren und eben wirklich aus einem einzigen Stück ausgedruckt. Ich finde es echt fasziniert. Genau, das ist der Nr3 von Creality. Wir machen gleich mit den anderen Sachen weiter. Unten findet ihr einen Link in der Videobeschreibung, wo ihr ihn einmal bei Amazon kaufen könnt oder auch bei Gearbest. Bei den Links kriege ich eine kleine Provision. Wenn ihr darüber kauft, unterstützt ihr mich ein bisschen. Würde mich freuen, wenn ihr die Links nutzen würdet. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes bestellen. Die ganzen Sachen, die ich hier ausgedruckt habe und jetzt zeige, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Die Singiverse Links stelle ich euch rein, dass ihr das jedenfalls auch ausdrucken wollt, wenn ihr wollt. Und jetzt machen wir einfach weiter. Das nächste, was ich ausgedruckt habe, ist hier so eine Halterung für Micro SD-Card, die man hier reinstecken kann an die Seite. Hier kommen normale SD-Card rein. Dies hier ist für USB-Sticks. Und im Moment habe ich nicht gerade viel drin. Ich habe jetzt auch gerade keine von den großen zur Hand. Die steckt in der Kamera drin. Die brauche ich jetzt zum Aufnehmen. Und aber so kann man eben gut seine ganzen Karten, USB-Sticks und sowas verwahren. Sehr gut für mich, weil ich habe die überall rumschmehren, muss sie jetzt mal zusammensammeln und hier überall reinstecken, dass ich die einfach mal alle ermannen habe, die Karten, die ich besitze. Sehr geile Sache, sehr praktische Sache. Nicht einfach nur Spielerei, sondern auch mal was Praktisches. Dann kommen wir hier zu dieser Gruppe, da fällt die Spitze ab, weil ich habe das alles noch nicht zusammengeklebt. Ich stelle ihn mal ein bisschen runter. So, das ist hier so eine Rakete. Die ist in drei Teilen ausgerucht worden. Einmal der Unterteil, was sozusagen so diese Rauchschwaden sollen, mit der Startrauchschwade, wenn man es mal so nimmt, dann haben wir hier die Rakete, die hat hier unten so ein Aufsteckteil. Auch hier seht ihr wieder komplett scharf gedruckt. Auch richtig schön glatt. Und das kann man dann hier aufstecken. Und hier oben diese kleine Spitze, die muss dann hier auch noch aufgeklebt werden. Und dann haben wir eine startende Rakete. So, am faszinierendsten finde ich aber hier den Big Ben aus London. Und einfach sieht viel filigran, der Drucker drucken kann. Das sind alles Einzelteile. Ich nehme das mal ein bisschen auseinander, dass ihr das sehen könnt. Wir haben hier die Spitze, die können wir einfach abnehmen. Und dann fiel auch gleich eine von den vier Seitenwänden raus. Weil diese vier Dinger hier oben sind alle lose reinsteckbar. Das kann man natürlich zusammenkleben, aber dann kann ich euch das nicht verzeihen können. Das ist sehr sehr dünn gedruckt. Dann filigran, kleine Fenster rein. Hier so eine kleine Halterung oben und unten. eine Nische, wo man es reinstecken kann. Hier in die Spitze ist so doppelte Sache eingelassen. Und dann kann man es hier eben reinstecken. Das gleiche ist hier, wenn ich jetzt nochmal die nächste Kappe abnehme. Ich nehme die mal hier einmal raus. Dann seht ihr auch hier diese kleine eckigen Fenster. Dann schön ausdrückt. Hier unten ist wieder diese Schicht, also diese Rille reingedruckt, wo man die nächsten Sachen reinstecken kann. Sehr schick gemacht. Und dann kommen wir hier, ist dann wieder etwas, was einzeln gedruckt wurde und reingesteckt wurde. Und wenn man das hier abnimmt, dann haben wir hier den Kirchenturm, der so aussieht, weil hier sind jeweils eben Kästchen in diese Löcher rein gesteckt. Die sind darüber gesteckt worden. Was kann ich euch wieder einen rauskriegen? Hier sieht nicht gut aus. Das ist dann doch recht fest jetzt gerade drin. Na doch, vielleicht kriege ich doch einen raus, um euch das einmal zu demonstrieren. Genau. So sieht es eben ohne aus. Und das ist eben dieses Teil, dieses Uhrenteil, was darüber gepackt wird. Und da seht ihr dann eben wirklich, wie gerade und filigran dieser Ender 3 drucken kann. Also ich bin ziemlich begeistert. Wie gesagt, ich habe hier an meinem Drucker keinerlei Einstellungen vorgenommen. Ich habe einfach nur die Einrichtung in Cura vorgenommen über den Creality Ender 10 oder CR10 und dann die Druckgröße angepasst. Und das war's. Out of the box. Nichts verändert und ich kriege diese Qualität hin. Das ist schon klasse. Hier unten ist dann das Letzte. Das sind dann diese Wände hier. Die eben auch so lang dann einfach da rein gesteckt werden. Ja. Im Grunde genommen war's das. Ich wollte euch einfach nochmal ein bisschen was zur Qualität vorführen. Also ich bin wie gesagt begeistert. Merkt ihr schon. Und weil auch, das habe ich teilweise nicht unbedingt gehabt, dass ich zwei Teile ausdruck und die dann, ohne dass ich dann nochmal begradigen muss, auf Anhieb einfach zusammenpassen. Das finde ich schon ziemlich klasse. Also hier einfach wieder raufstecken und dann kann man das Ding wieder zusammenbauen. Man kann es natürlich nur zusammenkleben, wenn man es transportieren will. Weil sonst fällt das natürlich immer sofort auseinander. Ja. Da habt ihr jetzt nochmal ein paar bisschen Eindruck bekommen. Zur Qualität wie gesagt. Das Filament, was ich hier jetzt für benutzt habe, stelle ich hier unten auch nochmal einen Link rein. Das könnt ihr bei Amazon kaufen. Gibt es auf 500 Gramm Rollen. Ich kann ja einmal hier hochstellen, dass ihr das einmal nochmal seht, wie die da oben hängt. So. Da oben hängt eben die Rolle. Die ist schon jetzt über halb leer. Sind immer 500 Gramm drauf. Es ist PLA Filament. Und ja, ich stelle den Link unten einfach nochmal rein, welches das ist, wo ich das gekauft habe bei Amazon. Und dann könnt ihr das auch holen, wenn ihr das wollt. Ist eine ziemlich krasse Farbe. Die ist orange, finde ich. Passt jetzt vielleicht nicht gerade zu dem, ja wie sagen wir das hier, zu dem Glockenturm. Das wäre natürlich wahrscheinlich in so einem leichten Beige-Ton oder sowas viel besser. Aber ich habe nur mal gerade die Rolle drauf. Wollte euch die Qualität nochmal demonstrieren. Und deswegen ist es eben orange geworden. Ja. Ich hoffe, vielleicht waren sogar ein, zwei Dinge für euch dabei, die ihr euch auch ausdrucken wollt. Oder dass ihr jetzt mal einen Eindruck bekommen hat, was der Nr3 von der Qualität liefert. Und dann hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.